Das heutige Video ist sehr außergewöhnlich. Es ist nämlich persönlich, ich möchte fast sagen intim. Denn es geht um meine Liebesgeschichte. Und es gab sogar einen Zeitungsartikel darüber. Man sieht es hier. Die Bank, der Bänke und sie erschienen in dieser lokalen Zeitschrift hier. Und es geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Denn ein Jahr nachdem der Artikel hier in Bremen erschienen ist, rief mich Marco Maurer, ein Journalist aus München, an und sagte, dass er die Sache ganz groß rausbringen wollte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da ist die Sache dann einige Jahre später in dieser Zeitschrift erschienen. Ich kann es einmal zeigen. Hier mit Foto auch. Und die Überschrift, die ihr hier seht, die könnt ihr auch googeln. Und dort seht ihr dann den gesamten Artikel. Nun ja, wie gesagt, es ist sehr außergewöhnlich. Und ich hätte nie geglaubt, dass so etwas möglich ist, dass diese Geschichte so in ganz Deutschland quasi berühmt wird. Aber man kann sie, wie gesagt, auch jetzt noch lesen.